Hans Bauer hat keine andere Chance. Er muss es tun. Und nun ist es auch schon so weit. Er wird den Besen zubereiten und fressen. Hallo Waitittis und sonstige. Heute werde ich den Besen zubereiten und werde ihn essen. Und los geht's. So, also ich schneide ihn in zarte Streifen und dann wird er in einen Rütztung eingelegt. So, also bei einer Schauspielung. So, ich mache den Schauspiel. 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 Hans, Otto, Franz, zubereitend Bauer, hat den Besen nun zubereitet. Jetzt wird er von ihm gegessen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020